Ich finde, wir brauchen ein zweites Auto. So einen sportlichen Geländewagen am liebsten in weiß. Ja, schön. Und viel Platz und ein Navi sollte er auch haben. Ja, klar. Und günstig soll er natürlich sein. Hm, sowieso. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? So einen, oder? So schnell kann man's haben. Über 70.000 Autos, Motorräder und mehr. Auf Wilhaben.at Den will ich haben.